Man kann sich nur wünschen, dass in der ganzen Welt, wo überall konfliktreiche Auseinandersetzungen stattfinden, wo Menschen, vor allem auch die Kinder darunter leiden, die Abrüstung so weit geht wie hier, dass wir hier auf diesem Boden das Festival der Nationen bestreiten dürfen. Oh, bravo! Musik Das war's für heute, heute war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.